Hallo liebe Zuschauer zum Pecunia-Tipp. Irgendwann macht jeder wahrscheinlich mal Schulden und nimmt einen Kredit oder ein Darlehen auf. Worauf sollten Sie hierbei unbedingt achten? Die Zeit du sollst sparen, was du dir leistest, scheint vorbei zu sein. Banken überbieten sich mit günstigen Zinsen, aber auch Ratenkreditkäufe, Leasing und dergleichen. Was macht wirklich Sinn? Auf jeden Fall sollten Sie immer darauf achten, dass Sie sich das, was Sie sich kaufen, auch tatsächlich leisten können. Denn zu jedem geliehenen Geld, also zu jedem Kredit oder Darlehen kommen die Zinsen und unter Umständen noch die sogenannten Gebühren obendrauf. Wenn Sie einen Kredit oder ein Darlehen aufnehmen, vergleichen Sie verschiedene Banken. Gehen Sie nicht nur zu Ihrer Hausbank, sondern schauen Sie zum Beispiel im Internet nach. Hier finden Sie Zinssätze sämtlicher Banken bundesweit. Und das kann sich lohnen, denn die Zinsen sorgen dafür, dass das einmal aufgenommene, also das geliehene Geld, am Ende bei der Rückzahlung natürlich höher ist, als das, was Sie sich aufgenommen haben. Am allerwichtigsten ist, achten Sie immer darauf, dass Sie Ihre Kreditverpflichtungen auch wirklich bedienen können. Denn nur, wenn ein Kredit auch passt zu Ihnen und Sie sich die Belastung leisten können, dann macht er wirklich Sinn. In dem Sinne, Tschüss, bis zum nächsten Pekunia-Tipp, Ihr Dirk Magnunzki. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017